Hallo, im Fall Julia F. gibt es Neues zu berichten. Ihr erinnert euch vielleicht noch, Julia ist das zweijährige Mädchen, das vom Jugendamt Alpdonaukreis den Eltern weggenommen wurde, nun schon vor über einem Jahr. Und bei diesem Kind hat das Gericht im Juni entschieden, 2019, dass die Julia F. zum 1. Juli 2019 an die Eltern zurückgegeben werden soll. Und das ist nach wie vor nicht geschehen. Die Eltern sind Eltern mit Behinderung, deshalb stellt sich hier die Frage, ob ein Jugendamt hier eigenmächtig sich entschieden hat, Eltern mit Behinderung das Kind nicht zurückzugeben, ob dieses Jugendamt behindertenfeindlich agiert. Und ich habe aus sicheren Quellen erfahren, dass das Jugendamt jetzt in Aussicht gestellt hat, dass das Kind zu den Eltern zurückkommt. Allerdings nicht vor Weihnachten. Und die Begründung war, dass das Kind sich erst an die Eltern gewöhnen müsse. Und man hat dann den Eltern in Aussicht gestellt, dass die Julia F. so vielleicht im April zu den Eltern zurückgeht. Und man hat die Mutter gefragt, nämlich, wann sie den Geburtstag hat. Und die hat nämlich im April Geburtstag. Da hat man wohl beim Jugendamt gedacht, das wäre doch ein schöner, symbolischer Moment, um der Mutter das Kind zurückzugeben. Die Mutter wird quasi neu geboren, wenn sie ihr Kind wiederkriegt, das sie schon mal geboren hat. Also was da abläuft beim Jugendamt, kann ich nicht nachvollziehen, was denn hier die Herausgabe eines zweijährigen Kindes an seine Eltern, da das Gericht ja schon entschieden hat, es muss zurückgegeben werden, mit dem Geburtstag der Mutter zu tun hat. Das ist ja nur noch lächerlich, was da passiert beim Jugendamt. Und vor allem macht es den starken Eindruck, dass das Jugendamt hier wirklich behindertenfeindlich agiert und das Kind nicht zurückgeben will, auf Zeit spielt, irgendwelche pseudopädagogischen Vorwände bringt, wie zum Beispiel, das Kind muss sich erst an die Eltern gewöhnen. Davon steht auch nichts in dem Beschluss des Gerichts, dass das Kind irgendwie eine Gewöhnungsphase erst durchmachen müsse. Nein, das Kind muss zurückgegeben. Das steht klipp und klar in diesem Beschluss drin. Deshalb fordere ich hier nochmal das Jugendamt auf, sich an den Gerichtsbeschluss zu halten, die Julia an ihre Eltern zurückzugeben und das nach meiner Meinung behindertenfeindliche Verhalten aufzugeben und die Eltern zu respektieren und auch das Gericht zu respektieren.